Abenteuer eines Hausschuh-Tierchens. Hey. Entschuldigung, ich meine natürlich Schlappenvieh. Kri, 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 kri. Gott, ist das doof. Naja, man kann ja nicht erwarten, dass ein paar Toffeltierchen was Sinnvolles von sich geben. Das war ein Mantra. Ich bin Buddhist. Ach du Scheiße, schnell das Endeschild einblenden. Buddha sei Dank. Ich bin Buddhist. 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 Vielen Dank.